Was geht ab leute Sein ist wieder da mit einer neuen kleinen One Piece Theorie und zwar welche Fähigkeiten könnte Lissop in Wano Kuni willkommen. Wir lieben ja alle Foreshadowings und manchmal sind diese nur ganz klein so dass sie einem kaum auffallen. Möglicherweise hat uns Oda vor kurzem ein Foreshadowing zu Lissops neuen Fähigkeiten gezeigt. Und zwar gab es auf Sue dieses Panel, in dem Lissop Fingerzeichen macht und daran denkt wie er Ninja Fähigkeiten einsetzt. Im ersten Moment einfach nur lustig aber wenig spannend. Doch auch dies könnte nur ein Foreshadowing sein. Wie wir wissen kämpfen Ninjas ja auch viel mit Tricks und Werkzeugen und genau selbiges nutzt ja auch immer Lissop in seinen Kämpfen. Er gewinnt Kämpfe nicht weil er stärker oder schneller ist als seine Gegner sondern durch seine Intelligenz. Er trickst Gegner aus wie zb mit dem 10.000 Tonnen Hammer und er benutzt viele Werkzeuge wie die Diale oder seine Pop Greens. Da wäre es doch nur natürlich das sich Lissop bei den Ninjas was abschaut. Und so könnte er auf Wano Kuni sein nächstes Power Up erhalten. Ninja Lissop. Was haltet ihr von dieser kleinen Kurztheorie. Wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt würde ich mich sehr freuen wenn ihr ihn einmal abonniert und wenn ihr schon dabei seid klickt einmal auf die Notification Bell und wenn ihr ein bisschen mehr aus meinem privaten Leben wissen möchtet schaut doch einfach mal bei mir auf Instagram vorbei www.instagram.com slash insane network würde mich auf jeden Fall freuen und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao